Scheiße! Kehrt die Ritzkruppe nicht! Wir wollten hier wieder von der Wand wegkommen, weißt du? Ähm, ähm... Und jetzt fliegt man senkrecht auf uns zu! Ja, ich versuche es! Und jetzt vorne Vollgas... Also nicht Vollgas, sondern einfach kommen lassen, genau. Sehr gut. Und jetzt absenken, absenken! Hahaha! Scheiße geht's nicht! Die steht nicht! Ja, die steht nicht!